Folge 7 unserer Nent-Game-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit der arithmetisch-logischen Einheit. Die bauen wir jetzt tatsächlich zusammen und zwar zunächst mal aus einer Unary-Alu, also praktisch einer Untereinheit dieser Alu. Die eigentliche Alu ist dann aus mehreren dieser Unary-Alus aufgebaut. Gehen wir rein in diesen Level. Und was ist da zu tun? Wir haben einen Eingang X und der soll verarbeitet werden in einen Ausgang-Output. Und zwar zwei Verarbeitungsschritte sind möglich. Einmal, wenn dieses Z-Zero-Bit auf 1 gesetzt ist, dann soll man nicht das, was in X ankommt, auf den Ausgang geben, sondern eine 0 stattdessen. Und wenn das N-Bit gesetzt ist, dann soll man diesen, entweder das, was in X steht, oder eben die 0, falls das Z-Bit gesetzt ist, noch zusätzlich invertieren. Also sämtliche Bits von 0 auf 1 bzw. von 1 auf 0 setzen. Wichtig ist die Reihenfolge. Wir müssen zunächst einmal auf 0 setzen und dann erst invertieren. Wie gehen wir da ran? Am besten mit einem 16-Bit-Auswähler. Wir können also sagen, zunächst einmal die Lösung für das 0 setzen. Wenn das Z-Bit 0 ist, dann soll alles bleiben wie gehabt. Also wenn das Z-Bit 0 ist, geht der X-Eingang direkt auf den Ausgang. Da setzen wir jetzt hier mal irgendeine Zahl rein, 1, 2, 3, 4. Das kommt direkt am Ausgang an. Wenn das Z-Bit auf 1 ist, kommt am Ausgang die 0 an. Den haben wir jetzt hier offen gelassen. Theoretisch könnten wir noch eine 0 hier anschließen, dass da definitiv 0 liegt an diesem Eingang. Das ist ein Teil der Lösung. Jetzt muss man das, was hier rauskommt, aber noch umdrehen. Also komplett invertieren. Den haben wir auch hier, den 16-Bit-Inverter. Aber auch wieder nur unter der Bedingung, dass dieses Bit gesetzt ist. Also nochmal einen Auswähler. Wir sagen, wenn das Negate, das Invertierungs-Bit, gesetzt ist. Dann wollen wir das invertierte Wort hier am Ausgang finden. Und wenn das auf 0 ist, dann wollen wir es direkt so finden, wie es kommt. Also können wir den Inverter hier umgehen. So müsste das einigermaßen... Naja, das überkreuzt sich immer so, schaut es ganz gut aus ohne Überkreuzung. Aber dann ist die 0 hier wieder. So gefällt es mir. Möglichst ohne Überkreuzungen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Aktuell haben wir das Z-Bit gesetzt. Dann kommt eine 0 raus. Wenn wir das Z-Bit wegmachen, kommt die 1, 2, 3, 4 raus. Wenn wir das N-Bit setzen, dann kommt die minus 1, 2, 3, 5 raus. Das ist ja genau invertiert. Wir hatten das Zweierkompliment. Das heißt, diese minus 1, 2, 3, 5 plus 1 wäre genau das Negative von diesen 1, 2, 3, 4. Also passt so. Die sind hier bitweise invertiert. Wir können es ja auch Bit für Bit kontrollieren. Das stimmt so. Und wenn dieses Bit auch 0 ist, dann kommt ganz normal das raus. Was ist, wenn beide gesetzt sind? Wenn ich also den Zero gesetzt habe und den Negate, dann kommt natürlich minus 1 raus. Alle Bits auf 1. Das wäre die Unary Alu. Und ich sage, das passt so und er ist sehr zufrieden und sagt 144 Nandgates. Einfachstmögliche Lösung. Daraufhin gehen wir in den nächsten Level. Das wäre die richtige Alu. Jetzt können wir sie endlich bauen. Zwei 16-Bit-Werte. Und wir haben hier 6 Bits, die wir setzen können. Das wird jetzt ziemlich komplex, aber wir machen es uns natürlich leicht, indem wir unsere vorhandenen Unary Alus verwenden. Also, wir brauchen auf jeden Fall für die x-Variable eine Unary Alu und für die y-Variable. Es sind zwei Eingänge hier. Der x-Eingang und der y-Eingang. Brauchen wir eine. Und dann lesen wir mal genau. Diese Flag-Bits hier wählen aus, was wir zu tun haben. Zx, wenn wir statt x 0 nehmen wollen. Nx, wenn wir x invertieren wollen. Genau das macht ja unser Unary Alu. Das heißt, das soll hier die sein für x. Schließe ich mal das ans x an. Und sage, zx heißt, wenn ich x 0 setzen möchte. Nx ist, wenn ich x invertieren möchte. Gleiches Spiel für die zweite Alu, für die y-Unary Alu. y wird angeschlossen und wenn y invertiert oder 0 gesetzt werden soll, dann wird das so gemacht. Das heißt, hier haben wir jetzt x und y oder eben 0 oder invertiertes x oder invertiertes y oder eine schöne Minus 1. Und diese beiden müssen jetzt entweder verundet werden, x and y oder addiert werden, x plus y. Das heißt, wir brauchen ein 16-Bit und und wir brauchen ein 16-Bit add. Das muss jetzt passieren mit unseren beiden. Ich schiebe sie mal ein bisschen nach unten, weil da kommt noch ein bisschen mehr, was da oben reingebaut wird. Wir machen einfach beides und wählen danach aus, welches Ergebnis wir denn gerne hätten. Mit so einem Auswähler hier. Und zwar je nach f-Bit. Das ist ja einfach. Je nach f-Bit können wir sagen, wenn f1 ist, dann wollen wir ein addieren. Also andersrum, wenn f1 ist, muss addiert werden. So, und wenn f0 ist, dann wird verundet. Und addiert und verundet wird immer. Also ich addiere diese beiden. Ich verundet sie aber auch. Das heißt, wir haben beide Ergebnisse zur Verfügung und wählen dann hier aus, welches der Ergebnisse wir benötigen. And oder plus. Und das kann man dann zum Schluss noch, negate output, mit diesem Bit entweder invertieren oder nicht. Das heißt, ich setze jetzt nochmal einen Inverter, 16-Bit, und sage, genau das, was hier rauskommt, wird noch invertiert. Und ich wähle aus, möchte ich es direkt haben oder möchte ich es invertiert haben. Wenn dieses Bit negate 1 ist, will ich es invertiert haben. Also nochmal einen Auswähler. Und dann sage ich, wenn das 1 ist, invertiert. Wenn das 0 ist, Standard, so wie es kommt. Ich schiebe den mal hier rüber und sage, das ist der negate output, dieses Bit. Das geht raus. Und damit sollten wir die ALU haben. Die müsste funktionieren. Machen wir mal irgendeinen kleinen Test. Sagen wir mal, ich möchte hier 5 plus 7 rechnen. Dann sage ich, hier eine 5, hier eine 7. 5 plus 7 muss 12 sein. Ich setze das x nicht zu 0, das y nicht zu 0. Ich negiere auch nichts, aber ich addiere. Und dann kommt 12 raus. Wenn ich jetzt den Ausgang invertiere, dann kommt minus 13 raus. Ich kann aber auch sagen, ich setze das x auf 0, dann kommt minus 8 raus. Setze ich y auf 0, kommt minus 6 raus. Also eine schöne ALU, mit der man relativ viel machen kann. Wir werden es dann sehen. Diese 6 Bits, die stellen dann später unseren Befehlssatz dar. Da kommt gleich eine Aufgabe dazu, wo wir auswählen müssen, wie diese 6 Bits gesetzt werden müssen, wenn wir genau x und y addieren wollen, zum Beispiel, vor unten wollen. Wenn wir zum Beispiel nur eine 0 da draußen haben wollen, dann müssten wir sagen, okay, ich mache x zu 0, ich mache y zu 0 und lasse alles andere wie gehabt. Dann habe ich hier immer eine 0, egal was am Eingang kommt. Das heißt, das ist der Teil, der später den Befehl darstellen wird. Was soll aus x und y gemacht werden? So, und jetzt sagen wir, wir sind fertig mit dem Level. Und dann sagt er, 608 Nentgates, man kann es einfacher machen, mit weniger Bauteilen. Ja, das wollen wir natürlich mit weniger Bauteilen machen. Wie machen wir das? Wo können wir da ansetzen? Der Trick ist, dass wir für diesen Teil hier ja nochmal eine Unary ALU nutzen können. Weil zumindest für das Invertieren des Ausgangs können wir das komplett hier so benutzen. Da brauchen wir keinen Inverter und einen Auswähler. Die nehmen wir mal raus. Setzen dafür die Unary ALU rein und sagen, das, was hier rauskommt, also entweder addieren oder vor unten, wird dann am Ende vielleicht noch negiert, wenn dieses N-Bit gesetzt ist. Das Z-Bit nutzen wir nicht. Das Ergebnis nochmal zu 0 setzen brauchen wir nicht. Das bleibt einfach hier offen. Und dann sagen wir, wenn es fertig ist, jetzt ist er sehr zufrieden, 672 Nentgates, sechs Bauteile genutzt, die einfachstmögliche Lösung. Das war es für dieses Mal. Das nächste Mal werden wir uns diese sechs Bits ganz genau anschauen und alle möglichen Kombinationen untersuchen, wie wir X und Y verarbeiten können und welche Ergebnisse wir dann bekommen.